Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute bin ich Killer und mit mir spielen die liebe Ina und die Flora. Und die Zaya und Kati sind auch mit dabei, aber die sind nicht im TS. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich den überhaupt nicht hinkriege. Auf jeden. Ich habe in der letzten Folge voll vergessen, das zu erwähnen, dass die anderen auch dabei sind. Ich bin so böse. Ich habe nur an den Teamspeak gedacht, es tut mir so leid, Leute. So. Also mit der Kettensäge, was mache ich denn da eigentlich? Die musst du mit M2 aufladen und wenn der Balken durchgelaufen ist, dann, ja, dann marschierst du los. Weil die Jessie hat bis jetzt immer nur noch einmal Killer gespielt, ne, und... Da war ich auch der Geist. Ja, und die Runde kennt ihr. Sonst hat sie jetzt noch nie weiter gespielt, also... Ne? So ist es auch. Ne, stimmt. Ich habe dann alle bestimmt schon locker an einem vorbeigelaufen. Also bei mir war es jedenfalls noch nicht. Ich finde, es ist voll schwierig, als, ähm, Killer so den Überblick zu behalten. Geht ihr denn? Inwiefern? Naja, man übersieht bestimmt ganz leicht jemanden. Es ist bestimmt nicht so einfach. Ja, wie Flora gerade schon gesagt hat, ich bin fit bei dir vorbeigelaufen in der letzten Runde. Was seid ihr denn? Also ich habe gleich bald einen Regenerator fertig, also spätestens dann, äh, ne, solltest du wissen, wo jemand ist. Also, äh, man kann nicht schneller laufen mit dem, mit dem, äh, den Kameraden. Naja, wenn du die, wenn du die Kettensäge benutzt bist, dann bist du richtig schnell. Also ich bin jetzt schon einige Generatoren abgelaufen. Oh. So, das war ich. Ach, schau mal, da guck ich. Ich, ich, ich habe ein leichtes, äh, Herz brauchen für dich. Oh, sie hat die Kettensäge benutzt. Das war aber, wo bist du denn? Naja, nicht mehr am Generator, ne? Ich dachte nicht, ich warte da auf dich. Oh, ich finde bestimmt wieder niemanden, ne? Ah, ich habe ihn gefunden. Hallo. Oh, ich komme zu spät. Wow. Was macht ihr das? Ach, naja. Oh Gott, das ist ja voll verwirrend, ey, mit der Kettensäge. Ja, du musst genau wissen, wo du hin willst und immer genau gucken, dass du nirgendwo gegenst, weil sonst, äh, ist es vorbei. Ich sehe auch keine Spuren oder so. Naja, weil ich nicht renne. Ach, du warst es. Ich habe irgendjemanden gehört. Echt? Irgendjemand ist gerade schon weggegangen. Ich bin gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen. Ich sehe dich. Das war nicht ich, das war jetzt Kati, ne? Achso. Aber ich bin an dir vorbeigelaufen und hinter dir und, und, ja, ich dachte, ich bin mal ein bisschen bei dir, so. Echt jetzt? Wow. Ja, das war schon wieder ein bisschen lustig. Manu, siehst du, du warst nicht immer lustig. Ja, aber das kann man auch nicht bei jedem Killer machen, ne? Das Ding, das ist nicht böse gemeint, gar nicht. Nein, ach, Quatsch, ich sehe das auch nicht so. Das ist eine gute Übung, weißt, weil wenn man so mal für sich spielt, dann, dann traut man sich mehr. Weil man dann so gucken kann, okay, wie sieht der Killer tatsächlich? Sag mal, die Luke müsste jetzt schon aufgetaucht sein, ne? Äh, ich würde gerne wissen, wo die ist. Ich suche jetzt einfach nur nach Luke. Luca, wo bist du? Äh, wo ist sie denn jetzt? Wir suchen Kathi. Äh, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wer jetzt von mir weggerannt ist. Naja, wenn du Kathi geschlagen hast, dann wahrscheinlich Kathi, oder? Achso, ja, Kathi, ja, ja, ja. Nur so eine Idee. Das ist total verwirrend für mich, ey. Aha. Oh, Kathi liegt. Ey, Kathi liegt. Also nicht, dass es gut ist, dass Kathi liegt, aber... Jessie, wuuuuh. So, mal gucken, was hier drin ist. Ich mache hier gerade irgendwie jede Kiste auf. Also, falls irgendjemand an der Kiste vorbeikommt... Ah, wie geht denn das weg hier? Was willst du denn weg haben? Ich wollte das Dingens da weg haben. Welches Dingens? Wie anhört. Hä, ich will doch nur gucken. Achso, ist eine normale Kiste. Oh, da zeigt das immer nicht an. Äh, wo ist denn jetzt? Ja, Kathi hat sich freigegeben, wie es aussieht. Äh, alles klar. Ah, schau mal nach oben. Hier mich voll platt macht. Ey, guck mal, du hast in der Zeit schon was weiß ich, wie wir oft uns irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Oh Gott, ich habe überhaupt keine Peilung mit Killer. Ohne Witz, ich bin der schlechteste Killer ever. Ich suche die ganze Zeit irgendwie nur die Luke und finde die nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Schlüssel das kann. Und ich habe irgendwie Respekt vor den fünf Sekunden. Hiho. So. Bist du gerade an mir vorbeigelaufen? Nee, nee, an, an, äh, irgendwem anders. Ich weiß gerade nicht, wer es war, äh, weil ich nicht auf die Charakterauswahl geguckt habe. Oh. Du bist gerade bei mir in der Nähe. Oh, hier ist auch schon ein Haken abmontiert. Das war ja gerade nice, ich konnte gerade... Alter, wie schnell ist denn der Schlüssel weg? Das ist ja heftig. Äh. Ich habe gerade einmal mit dem Schlüssel um mich geguckt. Und waren schon... Fast alles weg. Null Peilung. Wirklich. Null. Ah. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man von diesem Schlüssel braucht. Wenn man hier raucht, ja. Um das aufzuschließen. Ich habe keine Ahnung davon. So. Wo ist denn diese komische Luke hin? Alter, ich renne hier wirklich jeden Platz ab, wo ich denke, die Luke könnte da sein. Und die ist hier einfach nirgendwo, das gibt's doch nicht. Ist die beim Bagger? Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Killer ist echt nicht so meins, ne? Ich bin lieber denn, ja. Siehst du, bei mir ist Überlebender nicht so meins. Ich bin einfach ein besserer Killer als ein Überlebender. Ja, das stimmt. Obwohl mir Überleben auch Spaß macht. Ah, hi. Wo? Wo bist du? Äh, ich war gerade beim Bagger. Aber ich finde einfach die Luke nicht. Ich habe auch null Orientierungssinn so, weißt du? Als Killer. Ist voll schlimm irgendwie. Aber ich orientiere mich immer, äh, sehr an den Generatoren. Ah Mann, ich benutze immer die falsche Taste, ey. Wo ist denn jetzt hier die Luke? Ui. Hier ist die Kiste, die ich zuerst aufgeraucht habe. Ich habe irgendjemanden laufen sehen. Ja, ich renne schon die ganze Zeit hier über die Map. Nee, nee. Ja, du warst auch nicht zu hören, also ich glaube nicht, dass ich das war. Oh, Flora! Quietsch im Hintergrund! Wannst du dich erschrecken? Es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Flora, hast du schon die Luke gesehen? Oh, ich sehe Flora! Wo ist sie denn jetzt? So, ah, hier bei mir. Ich habe dich vom weiten, äh, leuchten sehen. So. Das ist gut. So. Also schrei mal laut hier, wenn du die Luke findest, ja? Wo ist denn das Teil? Ich bin schon die ganze Map abgerannt. Denkst du, ich finde diese Luke? Ups, die falsche Taste? Bis dahin haben wir die ganzen, äh, Generatoren gemacht. Oh, ich tue immer die falsche Taste. Na, vor allen Dingen mittlerweile. Ey, ich habe doch eben irgendjemanden gesehen. Wo ist diese Luke hin? Die Ego Perspektive, ja, die ist so furchtbar. Furchtbar. Ja, das finde ich auch irgendwie ein bisschen doof, dass man das nicht einstellen kann. Ja. Weil man hat ja da auch mal die ein oder andere... Oh, hi. Oh, hey, lass mich mal rausziehen. Ich bin gerade gar nicht rauskommen. Oh, da bist du ja. Oh, da bist du ja. Hi. Ja, das war jetzt irgendwie das einzige Gebiet, wo ich bis jetzt noch nicht die Luke gesucht habe. Ah, hi. Deswegen gucke ich hier gerade mal so ein bisschen ab. Wo bist du? Ah, ich laufe hier gerade so ein bisschen im Kreis. Ja, ich merke. Ich lasse mich von dir nicht so wirklich stören. Mann, was ist denn die Luke? Ich verstehe diese Striche auf dem Boden nicht, weil die zeigen immer in verschiedene Richtungen. Ja, es kommt dann immer darauf an, ob derjenige denn die Richtung gewechselt hat. Ach so. Ach so. Dieser kann sich ja selber heilen. Äh, was war das? Also manchmal kann ich die auch nicht richtig lesen. Ich versuche das immer irgendwie zu deuten, in welche Richtung die jetzt zeigen. Alter, die kann doch nur hier irgendwo zwischen sein. Es ist doch zum Heulen. Wo ist diese verkackte Luke? Ich bin so schlecht. Ja, aber hey, du hattest vorhin jemanden am Boden. Und das ist sehr schnell. Wow. Ich war mit Stolz erfüllt. Ja. Und das ist echt so ein Ding, wo ich sage, Übung macht den Meister, ne? Also, ist das vielleicht im Bagger drin? Das ist der einzige Ort, wo ich jetzt noch nicht war. Ui. Toll, jetzt sind die Ausgänge offen und ich habe immer noch nicht diese verkackte Luke gefunden. Alter, das gibt es doch gar nicht. Wow. Wo ist das Ding? Aber es kann ja dann auch irgendwo nur vorne sein, weil die Luke meistens bei den Ausgängen ist. Wer ist hier? Die sind doch alle irgendwo. Hilfe. Aber jetzt bin ich schon wieder hier, oder? Doch, hier war ich schon mal. Weil ich habe null Orientierungssinn. Ah, hi. Äh. Hey? Hä, wo ist denn jetzt? Ach, Mio. Ihr müsst doch hier irgendwo sein. Nee, du, ich bin am Arsch der Welt, ohne Witz. Ich bin so weit weg vom Ausgang. Och, mir tut schon der Finger weh, weil ich die ganze Zeit sprinte. Alles okay, Flora? Ja, ist gut. Ach, Mio. Du Geister, hast du ja auch schon wieder durchgekriegt? Irgendjemand von euch macht das bestimmt jetzt schon irgendwie die Luke auf. Oh, hi. Du bist mir gerade vorhin gegen gerannt. Echt? Ja. Okay. Ich bin gerade vorhin dir vorbeigelaufen. Oh, hi. Wo bist du denn? Na, ich bin hier so vor mich hin. So, jetzt renne ich mal zwei Sekunden nicht, aber es liegt eigentlich eher nur daran, dass mir der Finger weh tut. Aha. Hier ist schon auf. Ey, wo ist denn diese blöde Luke? Ich habe jetzt die ganze Folge damit verbracht, diese Luke zu suchen. Und die ist hier nicht. Ist hier jemand von euch? Alter, ich will jetzt diese verkackte Luke finden. Die existiert hier einfach nicht. Ohne Witz. Flora, du hast die Luke auch noch nicht gesehen, oder? Nein, leider. Ich sehe jemanden. Oh, tschüss. Bye. Oh, wo bin ich? Oh Gott. Keine Ahnung, wo du bist. Äh, ja. Wir rennen ja alle im Kreis ums Haus. Wow, wow. Ey, der wird einem eher schlechter, Mann. Hier so durch die Gegend. Hä, ist die Luke jetzt im Ausgang? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich bin die ganze verkackte Map abgerannt. Wow, ich habe euch voll verloren. Ja, hi. Du das? Ja, das war ich. Hallo. Was ist denn diese verkackte Luke? Ich sehe das hier mittlerweile gar nicht mehr ein, ne? Warum? Ja, weil ich diese blöde Luke nicht finde. Das kann doch mal nicht sein. Oh, scheiße. Ich habe gerade voll... Oh nein, ich habe... Nein! Alter, das ist... Nee, komm. Ich stehe hier gerade nur so rum. Ich habe gerade einfach aufgegeben, ne? Ich habe gerade aus Versehen M2 gedrückt. Wie gesagt denn? Ich habe gerade aus Versehen M2 gedrückt und der Schlüssel ist weg. Ich habe die ganze Folge verbracht, diese verkackte Luke zu suchen, damit ich diesen ver... ...blöden Schlüssel einsetzen kann. Und dann habe ich allen Ernstes den Schlüssel verloren. Na toll. Das gibt's so nicht. Hallo. Wer ist das? Oh, fuck, man. Oh, ist irgendwie gar nicht nervig oder so. Wer war denn das? Ich wollte nur die Selbstteilung machen und hab die falsche Taste gedrückt. Wen habe ich da gerade gehabt? Ich weiß es gar nicht so genau, wer das war. Ich habe die Charaktere einfach überhaupt nicht angeguckt. Ach, Miu. Wer rennt denn da immer von mir weg? Ähm, weiß ich gerade nicht so genau. Mist. Ich weiß nur, dass ich euch da so ein bisschen bei zugucke. Bist du da jetzt auch gerade? Ah, ich weiß nicht, ob ich... Na doch. Du kommst wieder näher? Dankeschön. Wie? Was? Ich wurde gerade geheilt. Wo seid ihr? Ach, ich habe jetzt ein neues Lebensziel. Alles klar. Bleib stehen. Wow. Herrlich. Und mich ärgert das nur, dass ich diesen scheiß Schlüssel verloren habe. Jetzt müsste ich die Luke finden, ohne Witz. Ja, das wäre es, ne? Ach, es ist zum Heulen, Alter. Mann, bleib doch mal stehen. Einfach nur ganz kurz die falsche Taste genommen. Wo ist sie? Das weiß ich gerade auch nicht so genau, ne? Ach, Miu. Wie ärgerlich ist das denn einfach? Ach, nee. Ach, Miu. Hä? Weil ohne Witz mich interessiert jetzt echt, wo diese verdammte Luke ist. Auch wenn ich da jetzt nicht mehr einfach so durchhüpfen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie der Schlüssel funktioniert, ne? Aber. Wollte dem Elend nicht ein Ende machen? Willst du nicht mehr? Wir können auch gehen, sonst nicht. Ich kriege euch doch sowieso nicht. Hast du eigentlich schon die Luke gesehen, sag mal? Ich? Ja, du. Ich habe jetzt null drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Weil ich bin die ganze Zeit beschäftigt, hier irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Hm. Hast du mir echt ein Rätsel, wo die Luke hier ist, ne? Keine Ahnung. Vor allen Dingen, ich weiß auch gerade gar nicht... Achso, der andere Ausgang ist auf der anderen Seite. Ha. Ich will wissen, wo die Luke ist. So, hier ist gerade irgendwie auch keiner. Oh, doch, hier ist wer. Daniel von ein... Ah, hallo. Oh, scheiße, ich dachte, siehst du dich vielleicht nicht. Bist du... Weg. Weg, ja. Wie immer. Äh, da ist ein Baum, alles klar. Wo ist ein Baum? Oh, da bist du. Hi. Wie habe ich immer nützlich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, so ein bisschen. Ja, weil du immer in meine Nähe kommst. Netterweise. So, ich verschwind jetzt hier mal an der Stelle. Ach, Mio. Äh. Ja? Wo? Bist du? Ich habe versucht, so ein bisschen vor dir zu fliehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut mir das gelungen ist. Nee, ich wollte eigentlich das Ding kaputt treten hier. Ja, ne? Da sind ganz viele noch umgeklappt. Also, die Zaya ist schon mal raus. Ah, okay. Die Zaya hatte die Schnauze voll, das verstehe ich. Äh. Denk sie auch. Achso, ich bin schon geheilt. Ich habe das ganze Zeit da geträumt. Ach, Bahn, wo ist denn diese Luca? Also, Killer ist, glaube ich, da kann ich, glaube, üben, wie viel ich will. Ja, aber du musst auch sehen, äh, wir sind alle mit unseren Charakteren hier wirklich hochgelevelt, eigentlich. Wir können uns alle selber heilen und, äh, ja, ich finde das ist schon mal um einiges schwieriger. Als wenn du dann, äh, weil wenn du jetzt normal spielen würdest, also, so, so, in, ohne Freunde, weißt du, was ich meine? Dann, äh, kriegst du den Rang zugewiesen, ähm, den du als Killer hast, also als, als Gegner dann so. Achso, okay. Schau mal da! Da hinten! Oh! Da! Äh. Komm! Ich sehe ich nicht. Nein, falsche Richtung. Du da! Wo bist du? Na, hier, du! Komm her! Hier oben! Äh, wow! Alles klar, ey! Mäh! Ach, Mann, eigentlich, eigentlich bin ich raus, weißt du? Aber, äh, ich will wissen, wo diese verdammte Luke ist. Das interessiert mich jetzt einfach. Ich kann einfach nicht damit leben. Du wirst mich so lange leiden, ne? Ne, ich will gar nicht, weißt du, meinetwegen, äh, Flora, Kathi, ne? Rennt mal raus oder so. Oder sagt mir jetzt später, wo die Luke ist. Ich will einfach nur wissen, wo die Luke ist. Oh, ich hätte sie fast gekriegt gerade. Wenn nicht immer diese blöden Bäume vor mir, ich bleib mir mal da hängen. Hä, wo war ich denn jetzt noch nicht? Das ist doch unglaublich. Wow. Was war das denn? Äh, was denn? Hast du gerade ein Geräusch gehört? Ne, ich glaube, der hat gerade irgendwie, äh, was vom Kopf gekriegt. Okay. War ganz komisch. Ja, ja, weil ich bin gerade über eine Palette gerutscht. Und da hast du gesagt, äh, was war das denn? Ne, weil sie hat mir die Palette vom Kopf gekriegt. Ach so, ja. Dann kriegst du so ein, so ein, so ein kurzes, ähm, oh mein Gott, ich habe was vor den Kopf gekriegt. Ja, ja, genau, ich habe mich gerade nur ein bisschen erschrocken. Weil das setzt dich dann kurz außer Gefecht. Das ist halt auch praktisch, wenn du vor jemanden wegrennst, also vor dem Killer. Und, äh, du den kurz, äh, irgendwie kurz Zeit gewinnen willst, dann haust du die ihm einfach direkt vor den Kopf. Dazu muss er genau daneben stehen und dann ist er, äh, kurz vom Blick, also er guckt dann so nach unten und dann, also das hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass du dann nach unten geguckt hast. Ja, und dann, äh, hat sich das soweit erledigt, dass er dich aus den Augen verliert. Das ist ganz praktisch. Alter, wo ist diese verkackte Luke? Das gibt es nicht. Wo seid ihr? Ich bin hier schon wieder ganz hinten in der Map und gucke, ob ich hier irgendwo das Scheiß hinfinde. Ich habe die Luke auch noch nicht gesehen. Ey, das gibt es doch nicht. Ich bin jetzt hier schon dreimal langgerannt. Ich habe so die Schnauze voll gerade. Aber andererseits wurmt mich das so, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein. Die muss doch hier irgendwo sein. Wo bin ich noch nicht langgelaufen? Okay, hier ist noch niemand langgerannt. Ja, ja, das war ich. Ich habe gerade dein Herzklopfen gespürt. Wie der die Liebe für mich brennt. Die Luke ist hier oben übrigens, ja. Wo? Hier oben. Ja, wo, wo oben? Na, da auf dem Berg, wo du gerade warst. Nee, Alter, da war ich jetzt schon zweimal oben. Ernsthaft jetzt? Die ist genau hier, ja, hier, wo ich stehe. Hier ist die. Hier. Ey, das ist doch nicht dein Ernie. Ich war schon zweimal hier auf dem Berg. Guck mal, da ist sie. Das ist doch unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon auf diesem verkackten Berg war. Ich war da hinten ein paar Mal auf dem Berg, das weiß ich. Ich glaube, irgendwo ist hier sogar noch ein Dritter. Ich bin mir gar nicht sicher. Und hier war ich auch schon, das weiß ich. Alter, jetzt habe ich diese verkackten Schlüssel nicht mehr. Komm, wir gehen. Aber jetzt hier mal die Schnauze voll. Such mir jetzt hier einen schönen, getiegenen Ausgang. Luke gefunden. Rätsel gelöst. Alter, wir waren noch da zehnmal auf dem Berg. Nee, ich war eben auch schon drauf, oder? Nee, das ist der andere Berg hier. Auf dem war ich auch schon zweimal oder so. Ich glaube, hier irgendwo war hier, glaube ich, noch einer. Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls war ich hier auf jedem Berg schon mal gewesen. Und da war die Luke noch nicht. Mann. So, ich hau jetzt rein. Das ist ja unglaublich hier. Ja, macht es mal bitte. Weil ich finde es euch eh nicht. Ach, ach, nee. Ach, ist das ärgerlich. Oh, man, ich merke das mit dem Schlüssel. Ich muss den jetzt noch mal nehmen in der nächsten Runde. Ich bin unbedingt, dass wir das... Ach, volle Niederlage. Wieso, wie viele Punkte hast du denn? Santa eben. Ach so, bei dem Jahr. Ja, ja. 9.356. Ja, aber guck mal unsere ganzen Perks hier an. Gegen wen du gespielt hast, ne? Ich habe gar nichts. Ich bin voll der Nu. Du hast ja mit dem Killer auch noch gar nicht gelevelt. Nee, ich habe... Wie gesagt, es ist das zweite Mal, dass ich überhaupt mit dem Killer spiele. Ich bin voll... Ja. Siehst du, dafür sind doch 9000 Punkte gar nicht mal so schlecht. Das ist nur, weil ihr so nett zu mir gewesen seid. Du warst ja gerade auch nett zu mir. Du hast mich auch nicht geschlagen. Du wolltest gerade kurz, aber... Ja, weil ich die Luke gezeigt habe. Ja, das war so nett. Ja. Das... Ich... Alter, das nervt mich jetzt mit der Luke, ne? Langweiligste Folge ever. Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich hier so voll schlecht den Killer gespielt habe. Ja, oder ich einfach nur die Luke gesucht habe. Ich habe ja nichts gemacht, ne? Ich habe einen Generator gemacht und seitdem habe ich nur noch die Luke gesucht. Mega langweilig. Ich habe aber nur weniger gemacht. Was hast du gut gemacht? Gumm was. Ich habe, ich glaube, nur zwei Haken und vielleicht einen halben Generator. Ja, aber einen Haken, das ist schon mal spannend, ja? Da kann ich jederzeit die Jessie erwischen. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal würde ich mal sagen. Tschüss. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ARD Text im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020